Hallo und herzlich willkommen in diesem Video und heute geht es um das HELP-Syndrom. Dazu wurde ich sehr, sehr viel gefragt, was hat es denn mit dem HELP-Syndrom eigentlich auf sich, was ist das genau und welche Symptome habe ich dabei. Und um das Ganze zu verstehen und auch zu verstehen, wie es eigentlich zu so einem HELP-Syndrom in der Schwangerschaft kommt, ist das Video Präeklampsie, was ich schon gedreht habe, ganz, ganz essentiell wichtig. Es empfiehlt sich also, das definitiv entweder danach zu schauen, nach diesem Video, oder am besten ist noch davor, weil das Ganze steht unter diesem Begriff schwangerschaftsinduzierte Hypertonie. Das ist eine Erkrankung, die man in der Schwangerschaft erleiden kann und da gibt es so ein paar Unterformen. Zum einen ist da diese Präeklampsie, die ich schon besprochen habe und als Komplikation oder auch als eine Sonderform dieser Präeklampsie ist auch das HELP-Syndrom zu nennen. Wir können ja kurz nochmal in das Präeklampsie-Video reinschauen, was genau eine schwangerschaftsinduzierte Hypertonie ist. Das Wort klingt total kompliziert, aber ich habe es hier mal ganz anschaulich erklärt, was das eigentlich genau ist. Eine Präeklampsie gehört zum Formkreis der, Achtung, schwangerschaftsinduzierten Hypertonien. Ich übersetze das einmal. Schwangerschaftsinduziert heißt durch die Schwangerschaft verursacht und Hypertonie ist der medizinische Begriff für Bluthochdruck. Die eine oder andere kennt vielleicht einen Bluthochdruck, der durch eine Schwangerschaft verursacht wird. Hier kommt jetzt aber noch eine Proteinurie dazu. Eine Proteinurie, auch das übersetze ich mal kurz, ist nichts anderes als eine Eiweißausscheidung im Urin. Und das darf nicht über 300 Milligramm Eiweiß pro 24 Stunden sein. Da kommen wir gleich noch zu. Das ist also die Definition einer Präeklampsie. Bluthochdruck durch eine Schwangerschaft induziert und auch diese Proteinurie, das ist gleich eine Präeklampsie. Und beim HELP-Syndrom ist die Besonderheit, dass es auch noch eine Leberfunktionsstörung verursachen kann. Und das ist auch eines der Symptome. Da kommen wir gleich noch zu, was man bei einem HELP-Syndrom haben kann. Aber wir müssen jetzt erstmal klären, was heißt eigentlich HELP? Was ist das eigentlich für ein Wort? Es ist, wie ihr euch vielleicht schon denken könnt, eine Abkürzung. Das H steht für Hemolysis. Und das heißt so viel wie Abbau der roten Blutkörperchen. Das E und das L steht für Elevated Liver Enzymes. Das heißt so viel wie erhöhte Leberenzyme mit der Leberfunktionsstörung. Das haben wir jetzt im Hinterkopf, alles klar. Und das andere L bzw. das P steht für Low Platelets. Und das heißt entniedrigte Blutplättchen. Und die Blutplättchen sind wiederum zuständig für eure Blutgerinnung. Und da kommen wir jetzt auch dann zu den Komplikationen oder auch, warum so ein HELP-Syndrom auch sehr, sehr gefährlich werden kann. Kann man sich vorstellen, wenn die Leber so ein bisschen versagt, dann die Gerinnung auch noch versagt. Das ist nicht gut für die Mutter. Und dann sind wir auch schon bei den Symptomen. Wie merkst du jetzt, dass du ein HELP-Syndrom haben könntest? Oder was macht auch die Klinik oder auch die Praxis, um rauszukriegen, ja, das ist jetzt ein sogenanntes HELP-Syndrom. Und die Symptome sind ein wenig unspezifisch. Und vor allen Dingen, gemeinerweise hat man das in der Schwangerschaft auch manchmal. Zum Beispiel wäre klassischerweise so ein rechtzeitiger Oberbauchschmerz. Das ist so etwas, wo alle schon so ein bisschen aufhorchen, weil genau rechts oben sitzt eben die Leber. Und wir haben schon gehört, wenn es da zu so einer Leberfunktionsstörung kommt, dann kann es auch sein, dass die Leber sich so ein bisschen vergrößert und so eine genannte Kapselspannung verursacht. Und das tut rechts oben sehr, sehr weh. Aber der Magen ist gar nicht so weit weg und kann auch mal so rechts rüber strahlen. Und Magenprobleme haben viele Schwangere. Das heißt, wenn du so Magenprobleme hast, die auch so ein bisschen nach rechts rüber strahlen, heißt das ja nicht sofort, dass du ein HELP-Syndrom hast, aber es ist eben eins der Symptome. Anderes Symptom ist, dass man so ein bisschen Augenflackern, Augenflimmern, bisschen Sehstörungen, Übelkeit, auch Erbrechen. Also einem geht es einfach einigermaßen dreckig, muss man sagen. Und wenn das alles so zusammenkommt, rechtzeitig Oberbauchschmerzen, bisschen Übelkeit, mir geht es nicht gut, ich habe auch so ein bisschen Sehstörungen, dann sind alle ganz hellhörig und dann muss man so ein genanntes HELP-Syndrom ausschließen. Und das tut man am besten, unabhängig von der Symptomatik, die ihr natürlich schildert, tut man das am besten mit euren Laborwerten, das heißt mit einer Blutentnahme. Denn da sehen wir ganz genau, okay, die Leberwerte sind erhöht. Wir haben da spezielle Marker, die zeigen können, dass der rote Blutfarbstoff, was wir vorhin besprochen haben bei dem ersten Haar, dass da was erniedrigt ist. Das heißt, da wird irgendwie Blut abgebaut und wir sehen auch die Blutblättchen, die zu niedrig sind für eure Verhältnisse. Und so ein HELP-Syndrom kann auch wirklich heftig werden, weil man eben durch diese Blutungsneigung, die ihr durch die wenigen Blutblättchen habt, auch starke Blutungen innerlich haben kann. Eine Gehirnblutung zum Beispiel oder auch durch die ganzen Abbauprodukte des Blutes, Nierenversagen, eine sogenannte Leberruptur, das heißt, dass diese Leber einfach kaputt geht und dann auch wieder einblutet. Also das sind schon Horrorszenarien, ich möchte euch auch gar nicht Angst machen, aber es gehört eben auch gut aufgeklärt, so ein HELP-Syndrom ist nicht mal was, was man so nebenbei mal hat, sondern das kann schon wirklich lebensbedrohlich werden für Mutter und auch für Kind. Und deswegen gehört jeder Verdacht auf HELP-Syndrom, wenn eine Frau zu uns in die Klinik zum Beispiel kommt, gehört das definitiv ausgeschlossen. Wir haben in dem Video zur Präeklampsie auch schon viel über die Therapiemöglichkeiten gesprochen und da gehe ich natürlich auch darauf ein, was man bei so einem Bluthochdruck zum Beispiel macht. Da gibt es Optionen, einfach mit Medikamenten versuchen, den Blutdruck einigermaßen gut eingestellt zu bekommen. Aber sollte bei dir ein HELP-Syndrom definitiv diagnostiziert worden sein, dann bleibt eigentlich nur noch eine Therapie der Wahl und das ist die Entbindung. Denn anders lässt sich so ein HELP-Syndrom eben nicht mehr aufhalten, wenn da erstmal diese Kaskade angerollt ist mit der ganzen Leberenzym-Erhöhung und den Blutplättchen, die jetzt runtergehen. Dann muss schnell entbunden werden und das heißt auch nicht selten mal einen Kaiserschnitt. Man versucht definitiv, wenn das alles noch im Rahmen ist und diese Dynamik nicht zu stark ist, das heißt deine Blutplättchen, die sind im niedrigen, aber stabilen Niveau. Es ist keine Gefahr jetzt auch eine Spontangeburt zu durchleben, dann kann man natürlich auch spontan entbinden. Aber sollte die Dynamik sehr stark sein oder die Laborwerte schon so schlecht sein, dann heißt das sehr, sehr oft auch zum Wohl der Mutter und auch zum Wohl des Kindes Kaiserschnittentbindung. Jetzt fragst du dich mit Sicherheit, wann tritt das Ganze denn eigentlich auf? Jetzt bin ich in der, weiß ich nicht, 10. Schwangerschaftswoche und jetzt habe ich auch schon so ein bisschen Oberbauschmerzen, habe ich jetzt auch gemerkt. Das ist durchaus ganz, ganz selten, dass in so einer frühen Schwangerschaftswoche das HELP-Syndrom auftritt. Das ist meistens was, was im dritten Terminion, also im letzten Schwangerschaftsdrittel erst auftritt. Da wird tatsächlich diese Implantationsstörung, das heißt die Störung vom Mutterkuchen, der sich eingepflanzt hat, wird dann erst quasi eklatant und wird dann erst auch manifest, sodass man da diese Symptome spürt. In der frühen Schwangerschaftswoche passiert sowas ganz super, super, super selten. Da brauchst du also in frühen Wochen erstmal nicht die große Panik haben, wenn du jetzt mal Oberbauchschmerzen hast. Aber natürlich gehört auch sowas erstmal abgeklärt. Und was man auch überhaupt nicht unterschätzen darf, zu 30%, das heißt ein Drittel der Frauen, bekommen das HELP-Syndrom erst nach der Geburt, im Wochenbett. Das ist in meinen Augen eine extrem hohe Zahl, dass 30% auch nach der Geburt noch auftreten können. Da sieht man auch mal, dass diese ganze Herkunft der Erkrankung, diese ganzen Abläufe noch nicht gänzlich verstanden sind. Denn wenn der Mutterkuchen ja raus ist, und das ist ja eigentlich, wie man heute denkt, die Ursache so ein bisschen für diese ganze Erkrankung, dann tritt noch ein HELP-Syndrom auf, macht irgendwie nicht so hundertprozentig Sinn. Und das zeigt auch ganz genau, wir wissen noch nicht so richtig, wo es eigentlich herkommt und warum das passiert, aber wir wissen, was es genau ist und wie man es auch behandeln soll. Ansonsten ist so ein HELP-Syndrom, und da beruhige ich dich jetzt hoffentlich auch wieder ein Stück weit, eher etwas Selteneres. Zwischen 0,3 und 0,8% aller Schwangerschaften bekommen ein sogenanntes HELP-Syndrom. Die Frage, die sich dir wahrscheinlich auch stellt, ist, kann man es verhindern? Vor allen Dingen, wenn ich jetzt schon mal eine Präeklampsie oder ein HELP-Syndrom hatte und bin jetzt wieder schwanger, ist natürlich die Sorge extrem groß, dass ich sowas wiederbekomme. Und ja, da muss ich dir leider die Sorge bestätigen, man hat ein gewisses Wiederholungsrisiko. Und deswegen gibt es heutzutage auch ein Medikament, was man geben kann, was das Ganze verhindern soll und das auch nachweislich laut Studienlage momentan relativ gut funktioniert. Und das ist Aspirin, stinknormales Aspirin, etwas niedrig dosierter, als man es vielleicht von Kopfschmerzen her kennt. Aber wer vielleicht so ein bisschen diesen Wirkstoff Acetylsalicylsäure kennt, und der macht ja auch diese Blutgerinnung ein bisschen weniger. Und dadurch verspricht man sich eben, dass die Durchblutung dann bei der Implantation eben besser funktioniert, es eben nicht zu dieser Kaskade dieser schwangerschaftsinduzierten Hypertonie kommt. Und deswegen ist ASS ein probates Mittel ab der Frühschwangerschaftswoche, dass man da direkt mit anfängt. Deine Ärztin oder dein Arzt wird dich darüber aufklären, wird dir auch genau sagen, ab wann und bis wie lange du Aspirin quasi einnehmen solltest. Und was man außerdem präventiv tun kann, ist natürlich zur Schwangerschaftsvorsorge gehen und dann wird auch nochmal genauer hingeschaut. Denn klassischerweise sieht man auch schon an den zuführenden Gefäßen von der Plazenta, also vom Mutterkuchen, dass da schon die Durchblutung nicht mehr ganz hundertprozentig gut ist. Dein Kind ist vielleicht auch ein bisschen zu klein, als es vielleicht sein sollte. Das heißt, da kommt irgendwie weniger Blut an. Und das sind alle schon so Marker dafür, dass du eventuell so eine Präeklampsie oder auch ein Help-Syndrom entwickeln könntest. In diesem Sinne, ich hoffe, dieses Video war einigermaßen informativ. Wenn dem so war, dann lass mir doch bitte auch ein Abo da. Du kannst auch mal bei Instagram vorbeischauen oder bei Facebook. Da gibt es auch so ein paar Facts und Internas vom Gynäkologen. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Viel Spaß bis dahin und munteres Weiterbluten.